Eines der aktuell problematischen Themen ist Europas Asylpolitik. Das ist aber keineswegs eine völlig neue Situation. Denn schon häufig in unserer Geschichte spielte Flucht eine wichtige Rolle. So auch zu der Zeit, als Deutschland noch in Ost und West geteilt war. Besonders nach dem Bau der Mauer wuchs der Wunsch nach Freiheit bei den DDR-Bürgern. Fluchthilfeorganisationen entstanden. Einer der Fluchthelfer war Manfred Mattes. Er wirkte bei zahlreichen Fluchten mit. Unter anderem Tunnelgrabungen, das Umbauen von Pkw's, sowie Entkommen durch die Kanalisation. Anhand dieser gesammelten Erfahrungen bildete sich Manfred Mattes seine heutige Meinung zum Thema Flucht. Der wesentliche Punkt ist diesmal, dass man seine Erfahrungen schon mal anwendet und sagt, Moment mal, hat es Sinn, Fluchtbewegungen zu unterstützen oder nicht? Wenn Leute akut bedroht sind, ich sag mal, aus Syrien muss einer fliehen, weil er sonst erschossen wird, ohne mit der Wimper zu zucken, würde ich das machen. Aber bloß jemandem zu helfen, weil er bei uns mehr Geld verdient, das halte ich nicht mehr für nötig. Aber bloß jemandem zu helfen, weil er sich nicht mehr für nötig. Aber bloß jemandem zu helfen, weil er nicht mehr für nötig. Und das hat man sich nicht mehr für nötig. Aber bloß jemandem zu helfen, als собой jederzeit im Zusammenhang mit dem Glück.